Hi Leute, heute mal ein kleines Infovideo und zwar, wir hatten ein paar kleine Probleme mit Google Plus und YouTube wegen Namen und so und die haben gesagt, das geht nicht und ja, da haben wir nicht gesagt, ja, geht mal kacken machen wir uns halt einen neuen Channel wo wir jetzt hochladen werden, wo wir hoffentlich auch keine Probleme kriegen werden und der Link, der ist dann unten in der Beschreibung drin oder jetzt, hier ist irgendwo ein Bild zu finden und ja, auf ein neues! Ciao!